Hallo YouTube-Menschen, wir machen da weiter, wo wir bei der letzten Folge aufgehört haben. Und das wäre hier, vor diesem Tor, nachdem wir eine kurze Kletteraktion an Shoutout-mäßig gemacht haben. Wir haben Taro immer noch nicht gefunden, aber wir haben seine Maske. Oh, was ist denn hier los? Ich glaube, die haben Angst davor. Ich habe auch Angst davor. Aber wir sind die große Schwester. Gut, wir sind nicht mit dem Verwandt, glaube ich, aber wir sind trotzdem alle fertig. Kannst mich nicht angreifen, wenn ich zuerst angreife. Oh, warte mal. Ich glaube, die wollen, dass ich das hier benutze. Bin gespannt, wie es so funktioniert. Ja, bam. Das ist gar nicht schlecht, das ist heute. Das ist cool. Das ist auf jeden Fall fun. Oh, wolltest du mich von hinten angreifen? Fäsch. So. Oh. Er hat sich zuerst angegriffen. Oh, Mist. Oh, Mist. Oh, Mist. Oh, das ist ein großer. Uh. Lass mal eine kleine loswerden, denke ich mal. Oh, bessere Idee. Ich benutze das hier. Die machen schon gut Damage, ne? Das war nicht der richtige Moment. Ist okay. Wow. Oh, kam einfach von hinten dann. Egal dem. Neues. Schön. Ey. Das kann man zerstören. Und das ist auch das Einzige, ne? Aber hier gibt es auch noch einen Weg, der nach oben führt. Vielleicht führt uns das wohin? Ähm. Boah, das... Ich weiß nicht, ob wir hier schon hingehen sollen. Ich komme nicht mehr zurück. Nein. Moment. Spielladen. Das ist das Neueste, gell? Oh, Mann. Komm ich mir zurück? Warum? Da war bestimmt ein Rott versteckt. Muss ich jetzt nochmal einen Kampf machen. Ich hoffe nicht, oder? Ne, ich muss nicht nochmal einen Kampf nochmal neu machen. Schön. Schön, schön, schön. Okay. Gut. 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 Nicht verkackt. Nicht ganz verkackt, zumindest. Ich wollte die ganzen Sachen hier noch ausfindig machen, bevor ich, äh... Bevor ich weitergehe. Mensch, Leute. Habt ihr im Haus auch noch was? Ob ich kaputt machen kann? Ne. Okay, dann lassen wir uns die wieder frei. Plonk. Ey, ein Schleifchen für die Rott. Das ist süß. Warte mal. Gibt's wieder versteckte Sachen, die man mit der Maske hier sehen kann? Ne, gar... Ach, sieht nicht so aus. Das war's. Nur eine Truhe. Hopp. Hier ist tatsächlich nichts anderes. Krass. Nun gut. Besser als nix. Das ist ein Rott im Kampf aufgenommen. Oh, das kann natürlich sein. Stimmt. Jetzt mal gucken, wo's jetzt hierhin geht. Ah, das sieht mir stark nach einem Rott aus. Yeah. Ach, gut, dass wir nochmal geladen haben. Hallo. Ey, jetzt erst stück. Drei brauche ich noch für den Stufenaufstieg. Kriegen wir hin, ne? So, jetzt können wir weitergehen. Ist doof, dass man da nicht mehr zurück kann. Es wird ganz schön dunkel, Leute. Und es regnet. Das ist der Bruder. Leid, ist den Weg. Ist denn hier? Uiuiui. Ich hoffe, ich... werde hier nichts verpassen. Oder übersehen. Oh, oh. Maske verwenden, okay. Cutscene. Das erinnert mich so stark an Majora's Mask. Ist er durch eine Lawine verschollen worden? Ach, das ist ein Baum, ne? Oh nein. Taro! Sie sagt bloß nicht, dass er umgekommen ist, oder? Was hat passiert? Was sah du, wenn du auf Taros Mask? Ist gutes, Leute. Taro ist hier, aber er hat vergessen, wer er ist. Wir müssen drei Reliktum finden, um ihn zu erinnern. Der Rund ist großartig. Wie haben wir den Weg gesehen? Vielleicht kann Herr Russo uns helfen. Sein Haus ist da oben. Ach, der hat einen kleinen. Nur gut. Wir müssen da hoch. Also, lass uns einen Weg nach oben finden. Damit er in Ruhe... In Ruhe Frieden kann? In Friede ruhen können. Kann, links... Ey, das ist Gegner. Lass uns schon mal die Gegner vernichten. Ah, ist doch zu früh. Das war perfekt. Ah, wieder perfekt. Nice. Wir werden besser reparieren. Schön. Flawless. Huh. Nice. Ein bisschen gut. Eigelob stinkt. Aber vielleicht stinkt ich auch. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, oder? Oder doch? Wir müssen nach oben. Und wir gehen gerade nach oben. Aber es scheint nach einer Sackgasse auszusehen. Mutwagen entdeckt. Aber das ist alles noch vergammelt da oben. Shop. Fuchs. Oh, die Füchse sind süß. Kostet aber auch 100. Das kann man öffnen, oder? Log 1 plus mit Sternchen. Oh, dankeschön. Das bringt nichts. Können wir, glaube ich, noch nichts machen. Aber das hier auch nirgends ein kleines Rott versteckt ist. Das täuscht mich ja schon fast ein bisschen. Können wir das öffnen? Yay. Mehr Money. Kann ich... Ne. Kann ich noch nicht. Oh. Warte mal. Ne. Da langt meine Reichweite noch nicht. Okay. Wir gehen den normalen Weg erstmal nach oben. Ich glaube, das war hier so hinten lang. Wir müssen... Da hoch. Scheint so, als ob... Wir einfach hier gerade ausgehen können, oder? Ich glaube schon. Was ist das hier? Warum leuchtet das so? Aha. Ah, Experience. Das meinten die mit... Gerade was zu essen gehen. Oh, süß. Mal gucken, ob wir vielleicht neue Upgrades kriegen. Gegen Geister? Ataro. So. Kurz durchlesen. Halte Thumb-Maus-Button 2 und er... Um einen Rott-Armor zu erzeugen, der aus der Entfernung zuschlagen kann. Das klingt mal nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Während du sprintest, drücke Thumb-Maus-Button 2, um einen mächtigen Angriff aus der Luft zu starten. Drücke nach dem Parien, um einen Wirbelangriff auszuführen. Wir werden dem Parien ja ein bisschen besser. Aber ich glaube, ich spare mir noch meine Upgrades auf. Ich glaube, ich spare sie mir noch auf. Vielleicht kriegen wir noch was Besseres später. Wofür es sich dann noch lohnt. Bevor ich alles gleich ausgebe. Das klingt, sieht nice aus. Das ist auch verdammt cool. So, dann die Grafik und die Spielmechanik. Gefallen mir sehr. Warte. Da unten. Ha. Noch mehr Früchte für die Rotz. Rotz klingt so falsch, ne? Was macht ihr da hinten? Hä? Wie hat sich die Frucht noch da hinten teleportiert? Fragen über Fragen. Das Spiel ist auch sehr schön gestaltet. Das gibt es auch für die Playstation 5. Vielleicht werde ich es mir für die Playstation 5 auch nochmal holen. Wusuberg. Daran komme ich auch noch nicht. Ja, das ist ein ganzes Weichen. Dass wir wohl nach oben gehen müssen. Muss ich hier lang? Kann ich da rüber? Nee, die Brücke ist kaputt, ne? Müssen wir wohl durch den Waldweg durch. Was aber auch nicht schlimm ist. Wow, ähm, excuse me? Das so... Hallo? Bisschen unheimlich. Die Musik macht es nicht gerade besser. Ich glaube, wir haben hier wieder ein Fight. Sieht ganz einfach aus. Oh, ähm... Oh, ein Schild. Uh! Ich mache es mir echt nicht einfach. Kann ich das schon? Kann ich schon. Sag doch, sag das doch. Oh, da kommt wieder ein Dicker. Uh! Ah! Das Schild zu spät eingesetzt. Aua! Ähm... Gar nicht gut. Holy crap. Ähm... Ich glaube, ich brauche mal ein bisschen... Äh, Energy. Gib mal. Dankeschön. Autsch. Äh, wieder nicht richtig pariert. Aber richtig ausgewischen. Du bist ganz schön stinkig. Ähm... Ähm... Funktioniert. Aha, Gatsche. Das heißt, Parade, oder? Ich weiß es nicht genau. Was das hier? Also, ob es nichts bringt, wenn man da draufsteht. Ah, warte mal. Taros Maske? Bringt das vielleicht was? Nö. Hä? Das muss doch irgendwas heißen hier, oder? Was muss ich mir denn erzählen? Dass das nichts heißt. Anscheinend tatsächlich nicht. Bams. Oder vielleicht jetzt erst. Könnte jetzt erst was bedeuten. Ah, und? Ah, ja. Oh, warte. Es leuchtet auf jeden Fall. Oh, guck mal, was haben wir denn da? Ich sehe, ich sehe. Warte mal. Farte knapp. Kombiniere, kombiniere. Da war etwas im Busch. Und jetzt? Es hat einfach Money gegeben, oder? Ich glaube schon. Und was ist das hier? Noch ein Rott für mich? Yes. Gib, gib. Hey. 13 von 15. Wir kommen der Sache näher. Oh. Okay. Ich habe einen Schlag dafür. Das Geheimnis hier. Das Geheimnis hier. Okay. Ich müsste entschuldigen. Ich bin halt ein Geheimnisjäger. Ich spiele gerne Spiele mal. So auf 100% durch. Und es ist, glaube ich, schon ein Vorteil, wenn man nicht nochmal alles doppelt ablaufen müsste. Flupp. Flupp. Uh. Die Lichter weisen uns den Weg. Okay. Aber... Nee, da kann man nicht hoch. Maske verwenden. Okay. Oh, eine Erinnerung, glaube ich. Schau. Ein Teer in der Forst. Es ist ein Zeichen der Verwaltung. Ich habe jetzt viel Experience bekommen. Uiuiuiuiui. Die Träne. Wir brauchen sie auf jeden Fall. Und hallöschön, der blaue Schmetterling. Willkommen in der YouTube-Aufnahme. So. Es gibt noch mehr, das wir kaputt machen können. Aber die Frage ist, reicht der Weg dorthin? Yes. Bam. Was gibt es hier? Interagieren. Noch mehr Money. Oh yeah. Mehr Hüte. für unsere kleinen Rotz... Uns kleinen Rotznasen. Ha! Wow, Music. Geht aber voll ab gerade. Ja gut, jetzt habe ich das hier aufgemacht. Aber wie komme ich jetzt weiter? Ach so, einfach nach oben laufen. Never mind. Kommen wir da rüber? Muss wir da rüber? Nee, ich glaube, wir müssen da nicht rüber. Ich wollte die Abenteuermusik hier... Boah. Die Aussicht sind echt schön. Wie schön wollt ihr eine Umgebung machen? Den Weg davon Kenia? Ja. Hoch mit dir. Warum kann ich nicht in so einem Wald leben? Vor allem, es gibt keine Moskitos hier. Noch keine gesehen zumindest. Gönnt euch. Und gönnt mir ein bisschen Experience. Was ist mit Ruses Haus? Ja, ist wohl überfallen, ne? Die Bäume sehen lustig aus? Die sehen ja aus, als ob sie gerade absterben würden. Lustig. Wow. Ach so, Marb-Point. Ah. Okay. Okay. Warte mal. Dieser Vorsprung ist nicht umsonst hier. Haben wir etwas Geheimes gerade entdeckt? Hä? Auf jeden Fall ist hier ein Rott. Und den nehmen wir mit. Hallöchen. Willkommen in unserem Team. Kommt von hier noch irgendwo hin? Nicht, das war es, ne? Ah doch, nach rechts. Aber wieso soll ich nach rechts gehen? Geht's runter? Ah, helfe. Ich glaube, ich sterbe hier, oder? Das war irreführend, Leute. Hab ich den Rott noch? Lass mal sehen. 14 hatte ich gerade, ne? Ja, ich hab ihn noch. Okay, der meint. Alles gut. Na gut, dann gehen wir den normalen Weg entlang. Ähm. Muss ich da runter? Leute? Woher sind so viele Wege? Ich weiß nicht, wer ich nicht zuerst gehen soll. Ich muss doch runterrutschen, Leute. Sieht aus, als ob ich da rüber muss. Hm. Na gut. Ich würde sagen, lassen wir die Folge hier beenden. Und diesen kleinen Parcours, oder großen Parcours, werden wir nächste Folge machen. Also, dann, danke fürs Zuschauen. Abonniere nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. So.